Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 4kfilme.de. Wir haben euch die ersten Bilder zum neuen TCL X 955 Max 4K Mini LED TV mitgebracht. Dieser hat sagenhafte 115 Zoll in der Bildschirmdiagonale und die Bilder hier stammen vom TV-Event von TCL in Frankfurt. Mit einer Display-Diagonalen von fast 3 Metern passt dieses Modell sicherlich nicht in jede Wohnung. Doch wenn der Preis stimmt, liefert dieses Modell sowie weitere XXL Modelle mit 98 oder 85 Zoll eine echte Alternative zu einem Heimkino mit Projektion. TCL hat auch in den X 955 Max so ziemlich alles reingepackt, was technisch möglich ist. Ein 4K Display mit Quantum Dot Farbfilter, sprich QLED, ein Mini LED Backlight mit satten 20.736 Dimmingzonen für eine maximale Helligkeit von bis zu 5000 Nits, Unterstützung von 4K Signalen mit bis zu 144 Hertz inklusive AMD FreeSync Premium Pro, sowie eine integrierte 6.2.2 Soundanlage für Dolby Atmos und neu DTS-X 3D Sound. Es steht sogar ein 240 Hertz Bildmodus zur Verfügung, wenn die Inhalte in Full HD zugespielt werden. Dazu gesellt sich natürlich eine umfängliche Konnektivitätsausstattung mit HDMI 2.1, USB-Anschlüssen, WiFi 6, Bluetooth, Apple Airplay 2, Chromecast und so weiter. Eine sehr beeindruckende Ausstattung, nicht nur was die Größe betrifft. Apropos Größe. Wer denkt, bei 115 Zoll wäre das Ende der Fahnenstanne erreicht, der wird vielleicht bald schon eines Besseren belehrt. Die maximale Größe, die sich im Bereich LCD-TV aufgrund der Produktionsanlagen herstellen lassen, liegt laut TCL bei 130 Zoll. Wir sind also noch nicht am Ende angelangt und es ist noch etwas Luft nach oben bei den XXL oder Jombo-TVs. Wir sind vor allem gespannt, welchen Preis TCL für dieses Modell ausrufen wird. Als groben Veröffentlichungszeitraum hat TCL April-Mai 2024 angegeben. Das ist jedoch noch nicht in Stein gemeißelt. Wir halten euch entsprechend natürlich auf dem Laufenden und werden unseren in der Videobeschreibung verlinkten Beitrag entsprechend aktualisieren, sobald es neue Infos zum Preis oder der Verfügbarkeit gibt. Euch hat dieses Video gefallen? Dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert das Glöckchen, um über neue Videos informiert zu werden. Und Kommentare werden natürlich auch immer sehr gerne gelesen und beantwortet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.